In einem unbekannten Land versteckte sich ein böser Mann. Er hoffte, dass ihn niemand fand. Das sagt er auf nem Videoband. Und dieser Laden, den ich meine, heißt Osama. Kleiner Al-Qaida-Chef Osama, sprengst uns alle in die Luft. Dafür kommst du in die Grupp. Und dieser Laden, den ich meine, heißt Osama. Kleiner Al-Qaida-Chef Osama, sprengst uns alle in die Luft.